Wir stimmen auch nicht darüber ab, ob Schweizer Unternehmen haften, auch im Ausland haften, denn das ist nach heutigem geltenden Recht schon so. Wir stimmen über eine Lösung ab, über einen Weg, wie man zum Ziel kommt. Und diesen Weg, den findet der Bundesrat und auch das Parlament, ist zu radikal, geht zu weit, weil er sieht eine einzigartige Haftung vor für Schweizer Unternehmen. Das heisst also, dass ein Unternehmen in der Schweiz auch haftet für Schäden, beispielsweise von einem Lieferanten, der wirtschaftlich abhängig ist, aber rechtlich eigenständig. Das heisst also, es ist also das Gleiche, wie wenn sie für mich haften müssten.